Ja, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Jetzt habe ich mich doch herausgefordert gefühlt durch zwei Anmerkungen, einerseits von Peter Siller und andererseits von Herrn Saccinelli. Der erste Punkt, wenn wir über Wahlkampfstrategien reden, dann reden wir nicht nur über Machttechnik, sondern die Perspektive ist immer, Macht geht zusammen mit Gestaltung. Manchmal muss man erst mal Macht haben, um gestalten zu können, aber die Parteien versprechen ja auch Dinge und haben Inhalte, die sie in diesen Wahlkampfstrategien anlegen. Und anschließend geht es darum, und empirisch kann man das auch nachempfinden, ganz häufig setzen sie dann auch um das, was sie versprochen haben, nicht immer, aber oft. Und insofern gibt es auch in Wahlkampfstrategien und in Wahlkampfzeiten natürlich immer die Verknüpfung von Macht und Gestaltung. Insofern geht es bei Wahlkampfstrategien nicht nur um Machttechnik, das an Peter Siller, obwohl er gar nicht mehr hier ist, aber die andere Bemerkung geht an Herrn Saccinelli. Sie haben mich herausgefordert, auch noch mal etwas zu sagen, weil Sie etwas kritisch gegenüber dem Strategiebegriff auch im Wahlkampfkontext sind, aber in anderer Perspektive, nämlich in der Frage, geht es, wenn es um Aufsichtfahren, um diese Kurzsichtigkeit geht, haben wir da nicht einen etwas großzügigen Umgang mit Strategie, mit dem Begriff? Einerseits ist das aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Hinweis, weil nicht alles, was wir jetzt sehen in Wahlkampfzeiten, ist Ausdruck von Strategie. Andererseits ist aber auch richtig, Strategien müssen nicht immer langfristig angelegt sein. Die Perspektive, die Joachim Raschke und ich da eingeführt wollten, war die einer strategischen Einheit. Der Akteur bestimmt selbst, ob es eine langfristig, mittelfristig oder kurzfristig angelegte Strategie ist. Insofern sind auch Strategien für einen Parteitag möglich. Und zurzeit sehen wir eben Mittelfriststrategien, nämlich die, die am Wahltag dann enden. Jetzt ist nur die Frage, situatives Reagieren in Situationen und möglicherweise auch inhaltliche Schwenks können auch Ausdruck einer Strategie sein. Und insofern ist das Aufsichtfahren möglicherweise gerade ein Kernmerkmal bestimmter Strategien. Wir werden das bei Frau Merkel sicherlich später nochmal thematisieren. Diese zwei Anmerkungen, also Langfristigkeit ist kein Kernmerkmal von Strategie und Strategie ist aus meiner Sicht immer eine Verbindung von Macht und Gestaltung. Diese beiden Vorbemerkungen seien mir erlaubt. Meine Aufgabe, und ich versuche die in der nächsten halben Stunde dann halbwegs einzulösen, wie ist die strategische Lage der Parteien vor der Bundestagswahl und wie sehen dann die Chancenpotenziale der jeweiligen Parteien aus? Was Sie jetzt von mir bekommen, sind Einschätzungen eines strategischen Beobachters von außen. Das heißt, wenn nachher die Parteistrategen hier sitzen und sagen, nee, nee, unsere Wahlkampfstrategie sieht ganz anders aus, dann kann das wahr oder falsch sein. Es kann auch sein, dass Sie sagen, und das werden Sie sagen, unsere Chancen sind viel besser, als Herr Tilz vorhin gesagt hat. Das, was Sie von mir bekommen, sind eben die Einschätzungen, die ich als außenstehender Beobachter zum bisherigen Verlauf des Wahlkampfs habe. Wenn wir Lassalle in Anspruch nehmen, und er ist ja in diesen Tagen 150 Jahre Sozialdemokratie durchaus in aller Munde, hat er gesagt, politische Aktion beginnt mit dem Aussprechen, was ist. Und genau dieses Aussprechen, was ist, das sehe ich heute als meine Aufgabe an. Und die späteren Referenten müssen uns dann sagen, was sie angesichts dieser Lage, was ist, denn tun wollen. Aber das ist dann nicht mehr meine Aufgabe. Wie gehe ich vor? Ich habe drei Schritte, die ich heute mit Ihnen gemeinsam durchgehen möchte. Erstens, und das scheint mir immer die grundlegende Frage zu sein, was will das Wahlvolk, um das es geht, als Ausgangspunkt? Zweitens, was können wir an Lage und erkennbaren Strategiemustern der politischen Parteien heute festmachen? Und drittens, welche Chancenpotenziale gegenüber den jeweiligen politischen Konkurrenzen ergeben sich daraus? Ich habe Ihnen dazu ein paar selbst gebastelte Charts mitgebracht. Die sehen zum Teil etwas lustig aus, hoffe ich zumindest. Das, was dahinter steckt, das meine ich aber durchaus ernst. Das heißt, die Form mag etwas lapsig sein, aber der Inhalt, der dahinter steht, soll dabei helfen, die Bundestagswahl strategisch zu lesen und auch strategisch zu verstehen. Der erste Schritt, ich habe es angedeutet, was wollen eigentlich die Wähler? Wer den Wahlkampf verstehen will, der muss auch das Wahlvolk verstehen. Und das Wahlvolk in Deutschland lässt sich in dieser Grafik ganz gut, natürlich grob gebündelt, fassen. Es gibt drei Mehrheiten in der Bundesrepublik Deutschland und zwar mit unterschiedlichen Trägern. Es gibt eine ökonomische Mehrheit, es gibt eine soziale Mehrheit und es gibt eine kulturelle Mehrheit. Das spannt ziemlich weitgehend das Erwartungsspektrum der Wähler relativ gut ab. Diese Mehrheiten werden dann von den politischen Parteien jeweils über Parteikompetenzen errungen oder eben nicht errungen. Was hinter der ökonomischen Mehrheit steht, ist, glaube ich, relativ schnell einsichtig. Die soziale Mehrheit dreht sich insbesondere um Gerechtigkeitsfragen und die kulturelle Mehrheit ist so ein Sammelbegriff für ganz unterschiedliche Arten von Themen. Familie, Demokratie, Ökologie, aber auch die Frage der Nation spielen da aus unterschiedlichen politischen Parteiperspektiven großen Rollen. Wenn wir uns diese Mehrheiten anschauen, können wir feststellen, in Deutschland, und das ist schon relativ lange so, gibt es eigentlich eine schwarz-gelbe Ökonomie-Mehrheit in einer rot-grünen Gesellschaft. Das heißt, ginge es allein nach der sozialen und der kulturellen Mehrheit, dann würde Deutschland auf lange Sicht nur von Rot-Grün, dazu bräuchten sie die Linksparteien noch nicht mal, nur von Rot-Grün regiert können. Aber das ist eben nur ein Zweidrittel der ganzen Wahrheit, weil die ökonomische Mehrheit ist von Union und FDP besetzt. Am liebsten würden die Deutschen es sowieso ganz anders machen. Das ist ja schon eine Vereinfachung, aber am allerliebsten wäre es den Deutschen, wenn sie so wie in den Supermarkt gehen könnten und sich dann alles aus dem Regal rausholen könnten, was sie so gerne wollen. Und dann wüssten sie auch, was sie bei dieser Wahl nehmen würden. Sie würden Frau Merkel in den Korb legen, sie würden ihre Europolitik dazunehmen, dann würden sie aber von der SPD den Mindestlohn nehmen. Und dann auch die Frage von Kita, das Betreuungsgeld wollen sie nicht. Von den Grünen würden sie möglicherweise die Energiewende noch schnell in den Korb packen. Allein von der FDP und der Linkspartei wissen sie dieses Jahr nicht so genau, was sie denn von denen eigentlich wirklich dringend brauchen. Nur wissen wir, das wahre Leben ist eben kein Supermarkt. Die Wähler müssen Parteien wählen. Und die müssen ihnen in diesen drei Feldern, ökonomische Mehrheit, soziale Mehrheit und kulturelle Mehrheit, ein Gesamtangebot machen, das sie einerseits voneinander unterscheidet und andererseits für die Wähler attraktiv ist. Das ist die Aufgabe von Wahlkampfstrategien. Soweit die Anmerkungen zu dem Wahlvolk und das, was die Wähler wollen. Mein zweiter Schritt besteht darin zu sagen, was ist eigentlich die Lage und Strategien der jeweiligen Parteien? Und was sind bisher an Strategiemustern erkennbar geworden? Davor wieder eine kurze Bemerkung. Es gibt eine Besonderheit dieser Wahl. Und wenn man sie strategisch verstehen will, muss man diese Wahl von Frau Merkel ausdenken. Und zwar gänzlich von Frau Merkel ausdenken. Sie ist die dominierende Spielerin. Und sie ist zentraler Bezugspunkt, und das ist auch wieder wichtig, zentraler Bezugspunkt nicht nur in ihrer eigenen Partei, sondern auch bei ihren Verbündeten und bei ihren politischen Gegnern. Das heißt, wenn ich die Wahl von Frau Merkel ausdenke, komme ich schon relativ nah an ein strategisches Dechivrieren. Deswegen beginne ich die Lage auch mit der Union. Lage und Strategie der CDU. Die Partei lebt von drei Stärken. Die sehen Sie da oben rechts im Bild. Superwoman Merkel, Europolitik und Ökonomiekompetenz. Das sind die drei zentralen Merkmale, von denen die Union inzwischen lebt. Und das sind auch die drei Pfeile, auf denen die Wahlkampagne beruht. Aus dieser Stärkeposition heraus gibt es eine CDU-Doppelstrategie. Und das eine, das haben Sie jetzt schon, weil es in aller Munde ist, mehrfach gehört, aber es ist eben ein zentrales Element dieser Strategie von Frau Merkel und der Union, ist die sogenannte asymmetrische Demobilisierung. Das heißt, die Anpassung auf dem fremden Terrain, das ist die Hand, die nach den Themen der anderen greift. Wir haben das gesehen bei den kulturellen und sozialen Themen. Sie merken immer wieder, diese soziale und kulturelle Mehrheit steht da im Hintergrund. Atomenergie, Mindestlohn, all diese Fragen, ein Zugreifen auf die Position der politischen Gegner. Wir finden eine Fortsetzung dann bei der Frauenquote. Im Falle von Hoeneß gab es dann einen Auftrag, mal zu gucken, ob das mit der strafbarfreien steuerlichen Selbstabzeige dann überhaupt noch bleiben soll und so weiter und so fort. Sie finden das in allen Bereichen. Die besonders signifikante Abweichung von Ihrem bisherigen Handeln dann bei der Mietpreisbremse, weil sie gerade zwei Monate vorher ein etwas anders lautenes Gesetz verabschiedet hat und jetzt einen Schwenk vollzogen hat, dass sie auch die Mietpreisbremse gut findet, die Union. Also das ist dieser Teil der asymmetrischen Demobilisierung. Und dann gibt es aber, und das haben Sie schon gehört, als das Steuerthema sehr virulent war, und es wird im Sommer noch viel stärker kommen, die Angriffe auf den politischen Gegner im eigenen Stärkefeld der Ökonomie. Negativ-Images der Gegner sollen dann aktiviert werden. Also Steuererhöhungsparteien, Staatsparteien, Umverteilungsparteien, die Linke, die SPD und die Grünen. Das wird das Zeigen mit dem Finger auf der anderen in dem eigenen Stärkefeld der Ökonomie sein. Das ist das zweite Element dieser Doppelstrategie. Und diese Doppelstrategie hat verfolgt einen reduzierten strategischen Anspruch. Es geht um strategische Mehrheitsfähigkeit der Union. Keine Regierungsbildung soll gegen die Union möglich sein. Wer unter Merkel regiert, ist ihr eigentlich relativ egal. Vieles spricht aus ihrer Sicht, so ist meine Einschätzung von außen, eher für die SPD als für die FDP. Kommen wir zur Lage der SPD. Diese asymmetrische Demobilisierung erschwert es für die SPD, weil sie Schwierigkeiten hat, mit ihren Themen durchzukommen. Die SPD versucht anzulaufen und anzugreifen. Die Kanzlerin pariert durch inhaltliche Anpassung. Die SPD kann nur erfolgreich sein bei dieser Wahl, wenn sie ihren Vorsprung bei sozialer und kultureller Mehrheit besser deutlich machen kann und vor allem ergänzt um die ökonomische Stärke. Andernfalls entscheidet die bürgerliche Mehrheit im Bereich der Ökonomie die Wahl. Nur mit sozialen und kulturellen Themen gewinnt Mitte links nicht. Und der Dreiklang, der in der SPD-Strategie eigentlich angelegt ist, Wirtschaft mit sozialer Verantwortung, soziale Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt als kulturelle Chiffre, der funktioniert bisher nicht oder er erreicht die Wähler zumindest nicht. Vielmehr dominiert das vom Gegner und dem Medien gezeichnete Bild eines Linksschwenks der Partei und des Kanzlerkandidaten. Wenn das so bleibt, wird es ziemlich schwer für die SPD. Kommen wir zur Lage und Strategie der FDP. Die FDP muss sich vor allem um sich selbst kümmern. Sie kämpft ums nackte Überleben. Das habe ich hier versucht etwas anzudeuten. Und zwar sowohl als Regierungspartei als auch als Parlamentspartei. Sie sieht vor allen Dingen zwei Rettungsangaben, die das gewährleisten sollen. Das eine ist ihre Rolle als Mehrheitsbeschaffer einer bürgerlichen Regierung. Das ist die Funktionspartei. Und sie versucht es mit ihrem letzten verbliebenen Kernkompetenzkern, dem Wirtschaftsliberalismus. Es ist offen, ob das reichen wird insgesamt, um die 5%-Würde zu schaffen. Kommen wir zur Lage und Strategie der Grünen. Eigentlich geht es den Grünen gar nicht so schlecht. Die Partei strotzt vor Kraft, wenn man die Demoskopiewerte mit dem letzten Wahlergebnis der Bundestagswahl vergleicht. Und die Wahlstrategie der Grünen enthält ein Sicherheitselement und ein ziemlich großes Risikoelement. Das Sicherheitselement sehen Sie hier auf der linken Seite. Das sind die Kernwähler mit klassischen grünen Themen zu gewinnen. Die klassischen grünen Themen ist die Energiewende als Nachfolgethema der Atompolitik, soziale Gerechtigkeitsthemen und moderne Gesellschaft. Das Risikoelement hat einen etwas ungewisseren Ausgang. Das sind die Steuererhöhungen. Die sind ein bisschen wie ein Damoklesschwert, die über den Grünen schweben. Man weiß noch nicht genau, wie das Spiel ausgehen wird. Das sind nämlich Steuererhöhungen, die einerseits in einem gewissen Grad auch von den altruistisch orientierten grünen Wählern mitgetragen werden, aber möglicherweise auch das Kernklientel zugunsten eines weiteren Wählerpotenzials erweitern sollen. Und das sind dann ärmere, in Anführungsstrichen, grüne Sympathisanten, für die Sozialpolitik im Sinne von Armutsbekämpfung und Alterssicherung auch eigene materielle Vorteile bringen kann. Da ist eben nur die Frage, wie diese Steuererhöhungsdebatten für die Grünen im Sommer ausgehen werden. Aber das ist das Risikoelement ihrer Strategie. Wählererweiterung bei nicht dem Kernwählerpotenzial. Lage und Strategie der Linkspartei. Die Linkspartei ist im Moment Zaungast, steht am Rand des Wahlkampfrings und kann beim Machtspiel der anderen eigentlich nur zuschauen. Sie hat sich innerparteilich stabilisiert und bindet mit ihren klassischen Themen, ich habe sie hier nochmal aufgeführt, Soziales, Frieden und Osten, weiteren 6 bis 8 Prozent der Wählerstimmen. Aber eine machtpolitische Perspektive wird es für sie erst bei der nächsten Bundestagswahl 2017 ergeben können und zwar je nach Ergebnis und Bewegung im Parteiensystem nach dieser Bundestagswahl. Kommen wir zur Lage und Strategien der Piraten. Die Piraten schauen etwas sehnsüchtig auf die glücklichen Tage, das sehen Sie oben rechts, das sind die glücklichen Tage, in denen sie mit ihren drei Sympathisantenkreisen kurzzeitig das Parteiensystem durcheinanderwirbeln konnten. Netzpolitischer Kern, generationsspezifische Erfahrung von Internet als Lebenswelt und Protest. Da fuhr das Schiff noch volle Kraft voraus. Heute sind die Piraten, nachdem sie sich selbst fast zerlegt haben, weniger sehtüchtig. Ihre Themen, die bleiben. Die Frage ist aber nur, ob sie nach Auffassung der Wähler auch die Lösung für dieses Problem noch darstellen. Das Protestelement hat heute einen neuen Fokus gefunden und wurde in dieser Hinsicht vor allem von der Alternative für Deutschland übernommen. Und damit sind wir schon bei der Alternative für Deutschland. Das ist ein interessantes Projekt. Es ist ein Ein-Punkt-Protest ohne populistischen Führer, wie es sonst bei rechtspopulistischen Parteien in Europa üblich wäre, mit einem Top-Thema. Und das ist das Euro-Thema. Aber Sie sehen, ich wollte das mit dem Bein versuchen zu suggerieren, es ist nur ein Standbein, auf dem die AfD steht. Und der Ausgang ist höchst ungewiss. Es bleibt wohl eher unter den fünf Prozent. Herr Hilmer wird uns da vielleicht nachher noch mehr sagen können. Ist das jetzt ein Problem für die Konkurrenz? Debatten darum gab es insbesondere bei der Union. Soll man totschweigen, die AfD, oder soll man sie angreifen? Soll man sich inhaltlich mit ihr auseinandersetzen? Da komme ich wieder auf den Ausgangspunkt meiner Überlegung zu dieser Bundestagswahl zurück. Wir müssen diese Wahl von Frau Merkel ausdenken. Und Frau Merkel möchte keine aktive Konfrontation. Das passt erstens nicht zu ihrem präsidialen Stil. Und zweitens, und das ist viel wichtiger, wenn die AfD schwarz-gelb verhindert, kann ihr das doch eigentlich nur recht sein. Eine große Koalition ist für sie viel attraktiver als eine Fortsetzung des Konfliktbündnisses mit der FDP. Der nächste Schritt, und damit sind wir dann schon bei dem dritten der angekündigten Schritte. Wie sehen eigentlich die Wahlchancen der Parteien in konkurrenzpolitischer Perspektive aus? Vergleichen wir zunächst, ich habe da immer zwei Parteien nebeneinander gestellt, die SPD und die CDU. Warum diese beiden Parteien? Weil sich die Bundestagswahl über ihr Kräfteverhältnis entscheiden wird. Vieles spricht zurzeit, und dann sehen Sie jeweils die Chancenpotenziale und immer ein Aber aufgeführt. Vieles spricht zurzeit für eine strategische Mehrheitsfähigkeit der Union. Der wichtigste Grund, auch das haben wir schon angesprochen, ist die Politik des Euro-Egoismus. Das ist nicht immer medial präsent, aber bleibt im Hintergrund für die Wähler eine der entscheidenden Größen bei der Wahlentscheidung. Die Politik des Euro-Egoismus der Kanzlerin ist aus Sicht der Wähler eigentlich unantastbar. Weil die Deutschen in dieser Frage im Wesentlichen, und ich spitze das ja jetzt natürlich zu, drei Dinge denken. Sie denken erstens, Merkel hält unser Geld zusammen. Sie denken zweitens, wir haben bereits genug europäische Solidarität gezeigt. Und sie denken drittens, weil wir das Geld geben, dürfen wir auch sagen, was die Südländer tun sollen. Gegen diese Mehrheitsposition ist schwer anzukommen. Und auf diesem Feld spielt, auch wenn sie es nicht sagt, spielt die Kanzlerin. Der zweite Grund, warum die Union gute Chancen hat, die strategische Mehrheitsfähigkeit zu erringen, ist die Person der Kanzlerin selbst. Sie ist uneitel, verlässlich, sachlich, so ist das Bild. Und klug und fleißig natürlich sowieso. Negative Lesarten haben im Moment etwas mehr Konjunktur, aber insbesondere in den Medien erst einmal. Und es ist auch die Frage, ob das nicht nur ein Zwischenschritt ist, um den Wahlkampf noch ein bisschen spannend zu halten. Weil man kann nicht im Dreivierteljahr schon von der Siegerin Merkel sprechen. Wir müssen uns dann eher überlegen, was dann im Herbst wieder thematisiert wird von den Medien. Möglicherweise eher der Sicherheitsaspekt. Aber diese negativen Lesarten, wie Merkel denn auch erscheinen könnte, Wankelmut, Opportunismus, Verschleierung der eigenen Absichten, das steht eher im Hintergrund. Manchmal habe ich so den Eindruck, verzeihen Sie vielleicht diese Art der Beschreibung meiner persönlichen Eindrücke, aber die Deutschen mögen Merkel vielleicht auch, und das erinnert mich ein bisschen an Kohl, weil sie so ist wie sie selbst. Vielleicht sind wir nicht so klug und so fleißig wie Frau Merkel, aber irgendwie so dieses Normale, etwas Unbeholfene, diese kleinen Schritte, das kommt uns doch sehr vertraut vor. Der dritte Grund, warum die CDU gute Chancen hat, die strategische Mehrheitsfähigkeit zu erringen, ist die Zufriedenheit der Deutschen mit sich und mit der Welt. Zwar etwas sorgenvoll, auf jeden Fall sorgenvoll, nämlich es gibt das Euro-Problem, es gibt die Abstiegsängste, es gibt die Frage der Bildungschancen der Kinder, aber im ökonomischen Kern sind die Menschen in Deutschland gar nicht unzufrieden zur Zeit. Und dann machen die Deutschen gerne etwas, sie ziehen sich aus der Politik zurück, sie privatisieren. Politik findet dann allenfalls noch vor Ort statt. Und Frau Merkel als präsidiale Kanzlerin stützt so eine Entpolitisierung und vermittelt das Gefühl, man müsse sich als Bürger auch gar nicht weiter kümmern, weil Deutschland ist bei Frau Merkel in guten Händen. Es gibt keine ungeliebten Kontroversen mehr und es gibt Alternativlosigkeit, wohin man schaut. Es gibt aber natürlich auch Risiken einer solchen Strategie. Es ist nämlich eine ökonomische Einpunktstrategie, die insbesondere vom Kern des Themas Euro und der ökonomischen Kompetenz von Deutschland lebt. Da gibt es Erinnerungen an 2002, sei nur ein Beispiel. Da hatte die CDU auch kein weiteres Thema zur Ökonomie. Und dann war der damalige Kanzlerkandidat Stoiber bei Flut und Frieden plötzlich nackt. Und ähnlich könnte es auch diesmal laufen. Was sind die weiteren Themen, die die Union noch anzubieten hat, wenn es auf dem ökonomischen Feld nicht reichen sollte? Man sieht neuerdings eine etwas größere Nervosität im Unionslager, etwas Unsicherheit. Ausdruck dieser Unsicherheit und der Nervosität sind einerseits diese teuren Wahlversprechen, die natürlich auch wieder negative Effekte haben können, weil sie auf das ökonomische Kernkompetenzfeld der Union zurückwirken, weil sich natürlich auch die Frage stellt, wer soll denn das eigentlich alles bezahlen? Und inwieweit können wir damit rechnen, dass das wirklich umgesetzt wird? Und es gab, das ist im Moment wieder ein bisschen in der Versenkung, wird aber im Sommer sicherlich wieder hochkommen, die innere Sicherheit als neuer Wahlkampffschlager. Das wurde vor wenigen Wochen dann diskutiert. Eigentlich ohne besonderen Anlass, aber das ist dann der weitere letzte Trumpf neben der Ökonomie, das christendemokratische Kompetenzfeld, innere Sicherheit. Frau Merkel weiß, die kulturelle und die soziale Mehrheit kann sie nur neutralisieren, was sie auch nach Kräften tut, aber ob das hinreicht, ist die Frage. Schließlich die Kommunikationsschwäche auch der Kanzlerin. Sie kommt bislang nicht zum Tragen, weil ihre Position relativ unangefochten ist. Aber falls etwas Unvorhergesehenes passiert, weiß man nicht, ob sie, die Deutschen, doch noch aufgeschreckt werden und dann Kommunikationsfähigkeiten von Frau Merkel im Sinne von Erklären notwendig werden. Die SPD dagegen hat nur gute Chancen, wenn die Innenpolitik in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung rückt. Wenn es Schwerpunkte bei sozialen und kulturellen Themen gibt. Familie, Bildung, Wohnen, Arbeit, diese, die Frage von Arm-Reich-Schere. Und wenn sie in die Offensive kommen kann, also die Politik der Kanzlerin angreifen kann, das kann sie eben, und das ist ihr Problem, auf dem Feld der Europolitik nicht tun. Sie kann es tun, aber sie wird dann nicht gewinnen, weil die Deutschen die Position der Kanzlerin richtig finden und außerdem sehr misstrauisch gegenüber der SPD in diesen Fragen sind. Die SPD kann nur gewinnen, wenn sie eine Verbindung von ökonomischer, auch sie wird die ökonomische Mehrheit nicht gewinnen, aber zumindest neutralisieren können oder müsste das tun und sozialer und kultureller Mehrheit gelingt. Bislang ist das Ökonomiepotenzial des Kanzlerkandidaten überhaupt noch nicht ausgeschöpft. Es gibt nämlich eine neue Art von Dreh, mit dem politische und mediale Gegner daran arbeiten, Steinbrück aus dem bürgerlich-ökonomischen Feld zu drücken sozusagen. Der Dreh geht so. Die SPD hat einen Linksschwenk verzogen. Steinbrück folgt diesem Linksschwenk opportunistisch. Und deswegen kann man Steinbrück nicht mehr wählen, weil er unglaubwürdig ist. Damit kann die SPD bislang das Potenzial und die Stoßrichtung des Kandidaten überhaupt nicht voll nutzen. Es liegt darin, die Entfremdung eines Teils des bürgerlichen Lagers mit der Politik der Merkel-Union für die SPD auch fruchtbar zu machen. Und das ist bisher nicht gelungen. Wenn es so bleibt, wird es enorm schwierig, für die SPD überhaupt noch eine Machtchance zu erhalten. Wie sehen die Chancenpotenziale von Grünen und FDP aus? Die Grünen sind relativ gut beieinander. Ihr großes Plus bei den Wählern ist ihre Glaubwürdigkeit. Sie ist die ehrlichste Partei bei der letzten Infratest-DiMap-Umfrage vor einer Woche. Die ehrlichste Partei unter allen Parteien. Sie hat Stärken bei der sozialen und kulturellen Mehrheit, bei Gerechtigkeitsthemen und Gleichstellung offener Gesellschaft. Und sie ist angriffslustig gegen Frau Merkel, anders als die SPD. Sie tut sich auch angesichts ihrer Wähler leichter mit den Angriffen gegen Frau Merkel. Was für die Grünen Risikofaktoren sind und das Aber darstellen, ist einerseits das Koalitionsrisiko. Also, wenn Rot-Grün auch in absehbarer Zeit nicht in den Bereich einer überhaupt möglichen Mehrheitsfähigkeit kommt, könnten die internen Konflikte, die nur durch große Anstrengungen der Führung bisher unter dem Deckel gehalten werden, nämlich die Frage der Koalitionsoptionen auch bei den Grünen wieder aufbrechen lassen. Warum soll man sich an die SPD so gnadenlos ketten, wenn sie doch überhaupt gar keine Chance hat, eine Mehrheit von Rot-Grün auch nur annäherungsweise zu erreichen. Das Zweite, was ich angesprochen habe, ist das Steuerrisiko. Das ist ein Risikoelement in ihrer Strategie. Und je nachdem, und das hängt da sehr stark davon ab, wer die Thematisierung und die Framing-Schlacht im Sommer über das Steuerthema, also sind Steuererhöhungen im Zentrum, ist es die Steuerhinterziehung, wer ist betroffen von den Steuererhöhungen, diese ganze Debatte wird darüber entscheiden, für wen das Thema Steuern spielen wird im Sommer und dann auch im Herbst. Und schließlich das Energiepreisrisiko. An dem Thema arbeitet Herr Altmaier ja immer noch. Und dann haben die, wenn das Thema wieder hochkommt, dann haben die Grünen zwar hohe Kompetenzwerte in diesem Bereich, aber wenn es den Bürgern dann doch irgendwann zu teuer wird, dann ist es eine etwas kompliziertere grüne Argumentation, die zu ihrer energiepolitischen Position führt. Wie sehen die Chancenpotenziale der FDP aus? Sie kann eventuell noch von der Lagerorientierung der bürgerlichen Wähler profitieren. Bei der Nieser-Sachsen-Wahl haben wir das gesehen. Und das gilt trotz schlechter Koalitionsbewertungen. Übrigens nehmen die auch bei Infratest, die letzte Woche nehmen ab, die schlechten Koalitionsbewertungen von Schwarz-Gelb. Es gibt immer noch einen Teil der bürgerlichen Wähler, die Rot-Grün einen Schreckgespenst finden. FDP als Funktionspartei zur Rettung eines bürgerlichen Regierungen kommt denen dann möglicherweise zu Pass. Und außerdem könnte die FDP möglicherweise im Herbst auch noch von dem Überlebensthema leben. Nämlich ein Scheitern eine Woche vor der Wahl in Bayern könnte das Überlebensthema der FDP nochmal hochspielen und die Frage aufwerfen, ob auch auf Bundesebene die FDP wirklich überflüssig ist. Es gibt aber ein Problem und es gibt natürlich viele Probleme auch für die FDP. Einerseits die große Leistungsenttäuschung, die Wahlversprechen 2009 nicht eingehalten, Steuererleichterung. Die Regierungsperformance insgesamt eher von den Menschen zurückhaltend bewertet, um es vorsichtig auszudrücken. Die Themenarmut, es gibt nur ein Thema, mit dem sie noch punkten kann. Und ein kaum zu kräftiges Spitzenduo. Rösler und Brüderle sind die beiden unbeliebtesten Politiker in der Skala der abgefragten Spitzenpolitik. Und zuletzt die konkurrenzpolitischen Chancenpotenziale der Linken, der Piraten und der AfD. Die Linke ist stark im Osten, aber es hat eine fehlende Machtperspektive im Bund. Ich habe das schon angedeutet. Die Piratenthemen sind zwar noch immer auf der Bugwelle, also vorn, aber in ihrer Wahlbedeutung äußerst begrenzt. Außerdem ist die Piratenpartei zurzeit kollektiv kaum strategiefähig. Die AfD hat das Sprengkraftthema, aber nichts darüber hinaus. Und das könnte auch zu wenig sein. Damit komme ich dann zum Schluss. Ich hoffe, das trifft dein Einverständnis. Wie lässt sich die politische Gesamtkonstellation empirisch-analytisch jetzt fassen? Meine Behauptung ist, es gibt eigentlich immer noch zwei Lager in Deutschland. Es gibt ein bürgerliches und ein linkes Lager. Aber beide funktionieren politisch nicht richtig. In der Orientierung der Bürger funktionieren sie viel besser. Zumindest zum Teil. Das rechte Lager zerbricht durch gegenseitige Entfremdung in der Regierung. Das ist ein Konfliktbündnis, wo auch die Bereitschaft ist, wieder zu versuchen, also intern zumindest, nicht so ist, wie es außen kommuniziert wird. Und das gilt, obwohl sich viele bürgerliche Wähler zum Teil noch im Lager orientieren. Das sind zum Beispiel dann die 8%, die die FDP inzwischen verloren hat, aber die die Union eben von ihren schlechten Bundestagswahlwerten inzwischen auf fast 40% Werte bringt. Das linke Lager ist nur in seinem rot-grünen Kern funktionsfähig, so würde ich das jetzt mal formulieren. Auch da sind die Koalitionspräferenzen der Wähler eindeutig. Es gibt eine riesige Mehrheit für eine rot-grüne Koalition. Aber die breite gesellschaftliche Mehrheit Mitte-Links hat es bislang nicht geschafft, eine politische Mehrheit zu organisieren. Es ist also auch ein hinkendes Lager. Was folgt denn aus diesem verdrängten Lager an Alternativen? Das wird einmal geschüttelt und am Ende kommt die verschmierte Alternative raus. Und das ist eine breite Mitte, die große Koalition. Und damit ein allerletzter Blick. Bisher habe ich mich ja eher auf die Empirie und auf die Analyse versucht zu stützen. Am Schluss sei mir ein kurzer normativer Ausblick erlaubt. Ich befürchte, dass die politischen Kosten eines Zufriedenheitsansatzes und des kleinen Redens von politischen Alternativen und Kontroversen groß sein werden. Sätze wie der von Merkel, und ich rufe ihn gerne nochmal auf, mal bin ich liberal in der Anne-Will-Talkshow, mal bin ich liberal, mal bin ich konservativ, mal bin ich christlich-sozial, suggerieren zumindest eine Beliebigkeit, die die Entpolitisierung der deutschen Gesellschaft vorantreibt. Kurbiuweit spricht dann im Spiegel von einem zweiten Biedermeier, Sie haben das zur Kenntnis genommen. Die Deutschen sind nicht abgeneigt, bei guter eigener Lage zu privatisieren und den Blick allenfalls auf das Lokale zu richten. Es ist die Aufgabe, und das wäre mein normativer Appell, es ist die Aufgabe der politischen Parteien, klare politische Alternativen aufzuzeigen und die Unterschiede in den Positionen so deutlich zu machen, dass die Wähler sich am Ende entscheiden müssen und nicht sagen können, es ist sowieso alles das Gleiche. Kurz gesagt, nicht nur Wahlkampfstrategien, sondern klare inhaltliche Alternativen sind das Hochamt der Demokratie. Vielen Dank. Vielen Dank, Kalf Thiels. Da kommen gleich schon zwei Fragen. Herr Radunski, wenn Sie das Mikrofon sich nehmen in der Mitte, ganz kurz und pointiert sind, dann freuen wir uns. Einfach gehen Sie ein paar Schritte nach vorne und dann kommt Hans Hütt. Ich glaube, Sie haben uns die Spannung für die restlichen drei Monate genommen. Wir wissen jetzt, wie die Wahlen ausgehen. Ich glaube aber, eine spannende Frage haben Sie ausgeschlossen. Sie schreiben bei der Linkspartei, sie habe keine Machtperspektive. Die haben schon eine. Die wollen mit Rot-Grün zusammengehen, wenn man sie lässt. Und deswegen meine Frage. Sie sagten, strategische Mehrheit der CDU. Ist das für Sie, dass CDU stärker ist als Rot-Grün? Oder heißt das nicht auch, dass sie stärker sein muss als Rot-Grün und links? Ich wollte auf einen Aspekt eingehen, den Sie in Bezug auf die Demobilisierung und die asymmetrische Mobilisierung von CDU gegenüber der SPD angesprochen haben. Die jüngsten Füllhörner der Kanzlerin, die haben eine komplementäre Funktion, nämlich die Arrundierung des bürgerlichen Lagers, weil sie der FDP die Chance gibt, dagegen ein bisschen zu mosern und genau jeden wirtschaftsliberalen Flügel wieder zurück an die Wahlurden zu bringen, was zuvor in einigen Bundesländern nicht geklappt hat. Ich glaube, dass das sogar für die Kanzlerin der größere Faktor gewesen ist, um ihr Füllhorn zu füllen und nachher wegen Koalitionsdisziplin wieder zu kassieren. Sonst kann man sich vorbereiten. Bitte eine Antwort. Also die erste Frage von Ihnen richtete sich auf die strategische Mehrheitsfähigkeit und was das eigentlich heißt. Sie haben mich schon insofern richtig verstanden, als dass es mir darum ging zu sagen, die Linken würden gern koalieren, aber sie können nicht, weil es keine Optionen von den anderen Parteien gibt, dass es irgendeine Nachform von Bündnis geben oder auch Tolerierung geben könnte. Strategische Mehrheitsfähigkeit heißt wirklich nur, es kann keine Regierung jenseits der Union gebildet werden. Es reicht also nicht für Rot-Grün, aber auch für keine andere Konstellation. Die Union muss immer an der Regierungsbildung beteiligt werden und das bedeutet dann gleichzeitig, Merkel bleibt Kanzlerin, weil sie die stärkste Kraft in Deutschland ist. Mehr ist strategische Mehrheitsfähigkeit. Das ist völlig unabhängig davon, weil die drei Parteien werden kein Machtbündnis eingehen. Dritter Wahlgang Kanzlerwahl. Das wird nicht passieren, weil die SPD wird da nicht umfallen an dieser Stelle. Zumindest jetzt nicht. Das wäre meine Prognose. Ach so, zweite Frage, Entschuldigung. Die FDP und die Frage, inwieweit das Füllhorn eigentlich doch eine Lagerstrategie ist, so habe ich sie jetzt hoffentlich richtig interpretiert. Das kann ein Nebeneffekt sein, wobei ich nicht sicher bin, und das ist, wie gesagt, ich bin ein Beobachter von außen, wie Frau Merkel wirklich zu den beiden Optionen große Koalition und Fortsetzung von Schwarzgeld geht. Es gibt nur einfach verschiedene Zwischentöne, die einen vermuten lassen, dass die Begeisterung für eine Fortsetzung von Schwarzgelb relativ reduziert sind. Und die Erfahrungen der Großen Koalition waren für Frau Merkel nicht schlecht. Insofern, warum soll es für sie ein Problem sein, Kanzlerin zu bleiben mit einer gezähmten SPD? Das ist für sie kein Problem. Insofern ist das natürlich immer ein Vauban-Spiel. Ausdruck einer Demobilisierungsstrategie kann eben das Starkmachen des eigenen Verbündeten sein. Ob das intendiert ist, ist eine zweite Frage. Aber so einfach sind ja strategische Spiele nicht, dass man einfach bestimmte Schritte vollzieht und sagt, das bringt uns rechnerisch drei Prozent und die addieren wir hier dazu und ziehen sie dort ab. So funktioniert das nicht. Die Niedersachsenwahl hat das eindrucksvoll demonstriert. Solche Effekte können sie in Gang setzen. Und wenn dann die Lagerorientierung der bürgerlichen Wähler zu einem exorbitanten Ergebnis der FDP führen, dann hatte die Union das nicht mehr unter Kontrolle. Okay, weitere Fragen, bitteschön. Ja, mich würde mal interessieren, wie Sie es einschätzen, die Länderperspektive auch noch mit reinzunehmen. Wir haben ja seit Januar die Situation, dass im Bundesrat eine rot-grüne, also eine rot-rot-grüne Mehrheit ist. Und über den Wahltag 22. September hinaus würde mich da mal interessieren, wie da dieses strategische Denken jetzt zum Beispiel auch der CDU ist, wie man da regieren möchte nach dem 22. September. Professor Klein. Ja, Ansgar Klein. Eine Frage zum Stichwort Entpolitisierung, das leuchtet mir nicht ganz ein. Wenn wir auch die Empirie befragen, wissen wir allein im Engagementbereich, dass 23 Millionen Menschen in Deutschland die Gesellschaft zumindest im Kleinen gestalten wollen. Wenn wir neuere Proteststudien von Walter und Co. ansehen, dann ist ein Faktum unbestritten. Bürgerinnen und Bürger nutzen unkonventionelle Partipationsformen jenseits der Wahl routiniert mittlerweile. Dann kommt noch dazu die Prognose, dass die Kohorte der Alt-68er als sogenannte junge oder aktive Alte die nächsten 15 bis 20 Jahre noch massiv gestalten werden. Vor diesem Hintergrund Entpolitisierung? Fragezeichen. Ich glaube eher, das wäre meine Frage, wieso nutzen die Parteien die Chancen der politischen Aktionsbereitschaft jenseits der Wahlen nicht für systematische Engagement und demokratiepolitische Programmatik? Erst Hans Hönigsberger und dann Thorsten Faas. Ja, bitte. Schönen Dank, Herr Dr. Tils, für den interessanten Vortrag. Wenn es stimmt, was Sie sagen, und es stimmt ja mit großer Wahrscheinlichkeit, dass die Kanzlerin imstande ist, ihre strategische Position zu behaupten und dass die nächste Kanzlerin dementsprechend auch wieder Angela Merkel heißen wird, worum geht es eigentlich noch in diesem Wahlkampf? Vor welche Probleme wird eigentlich durch diese Perspektive, die Sie dort angerissen haben, insbesondere der Rot-Grüne oder der SPD und der Grüne Wahlkampf gestellt, der ja dann in einer etwas absonderlichen Situation ist, hinter dem gemäßigten und nicht sehr konsistenten Lagerwahlkampf für Rot-Grün. Steckt doch nur noch die Perspektive, sich so zu positionieren, wer macht das mit Angela Merkel? Und es geht eher um einen Verdrängungswahlkampf zwischen Rot und Grün, als ob eine gemeinsame Strategie gegen die Kanzlerin oder die zur Veränderung der Regierungsmehrheit führen dürfte. Das ist eine absonderliche Situation, wo mich auch die Antwort der Wahlkampfstrategen dann der beiden Parteien darauf interessieren würde. Thorsten Faas. Vielen Dank, ich habe zwei kurze Fragen. Der erste Punkt geht nochmal in Richtung strategische Mehrheit. Ich meine, wenn man das konsequent zu Ende denkt und wenn man sich auch Zahlen anguckt, die aktuell so im Raum sind, warum redet niemand über eine potenzielle Alleinregierung? Der letzte Deutschland-Rennen der ARD lässt eine Alleinregierung der CDU beispielsweise deutlich wahrscheinlicher dastehen als eine rot-grüne Regierung. Das Wort ist nicht aufgetaucht. Wie gesagt, das wäre eigentlich doch nur das logische Zu-Ende-Denken dieser strategischen Mehrheitsidee. Man tötet die FDP endgültig, holt die letzten Stimmen von dort auch rüber und dann ist es eine realistische Option. Meine zweite, ebenfalls minimal provokante Frage, habe ich es richtig verstanden, dass asymmetrische Demobilisierung eigentlich eine verwerfliche Strategie ist und wenn das so ist, müssten wir dann nicht über institutionelle Maßnahmen nachdenken, die eine solche Strategie schlicht und einfach unmöglich machen, zum Beispiel eine Wahlpflicht. Der Kollege noch und dann deine Antwort. Kommst du noch mit, oder? Ja, ja. Okay, bitte. Ja, schönen guten Tag, Dr. Johannes Oschlis. Die nächste Runde. Also Sie kommen jetzt ran, bitte, und der Kollege muss sich ein bisschen gedulden für die zweite Runde. Der kommt aber als erstes dann dran, bitteschön. Sie sind jetzt dran. Okay. Ich habe eine kurze Frage zu Ihrem Schema, das Sie am Anfang verwendet haben, wo Sie davon sprachen, von der kulturellen Mehrheit, von der sozialen Mehrheit. Näher ans Mikro. Also Rot-Grün da eine Mehrheit hat. Ich würde fragen, auf welchen Angaben oder welchen Fakten diese Einschätzung beruht. Ist das Ihre persönliche Einschätzung oder beruht die auf demoskopischen Angaben? Als Demoskop würde ich das zumindest so ein bisschen bezweifeln, weil, ich meine, sehen wir uns mal den hohen Nichtwähleranteil an, sehen wir uns die absoluten Wahlergebnisse von 2009 an. Wir haben eine Friedrich-Ebert-Stiftungsstudie, eine sehr gute von 2009, die hat belegt, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung im Prinzip total abgekoppelt von dem ganzen Prozess sind. Die beteiligen sich nicht mehr an Wahlen und dann, die kommt man auch als Demoskop sehr schwer ran. Also, und wenn man die absoluten Zahlen 2009 betrachtet, alle Parteien haben da Stimmen verloren. Nur wir reden sehr selten über diese absoluten Zahlen. Selbst die CDU hat 2009 weniger Stimmen als 2005 erhalten. Wie kann man denn also davon sprechen, mit Sicherheit, dass da noch Rot-Grün eine kulturelle oder eine soziale Mehrheit hinter sich haben, oder dass auch die CDU und die FDP eine wirtschaftliche Mehrheit hinter sich haben, wenn ein Großteil offensichtlich sich von politischen Prozessen zwischen abgekoppelt fühlt? Dankeschön. Ist klar, Sie kommen in die zweite Runde. Zuerst jetzt mal ein Antwortblock, sonst geht zu viel verloren. Bitteschön. Ich versuche das jetzt mal zu bündeln und ich fange vielleicht auch gleich hinten an. Also, es ist klar, dass die drei Mehrheiten erstmal eine gedankliche Sortierungsfigur sind und eine Heuristik, um das Feld ein bisschen besser zu sortieren. Aber es gibt empirische Anhaltspunkte, das hatte ich hoffentlich auch kurz gesagt. Man kann diese Mehrheiten über Kompetenzzurechnung in bestimmten politischen Feldern und bei Themen zu einzelnen politischen Parteien dann auch addieren. Und wenn Sie dann wieder die neuesten demoskopischen Zahlen sich angucken, dann wenn Sie diese verschiedenen Themenfelder bündeln, dann kommen Sie da auch zumindest bei den Kompetenzwerten auf Mehrheiten in diesem Sinne, ohne dass das natürlich gleich politische Mehrheiten wären. Es geht jetzt mehr um eine gedankliche Figur und man kann sehr schön mit diesen drei verschiedenen Mehrheitsfeldern dann immer sehen, wer in welcher Weise eigentlich jetzt versucht, bestimmte Themen nach vorne zu bringen und warum sie das dann tun. Also es ist mehr eine Sortierungsfunktion, hat aber empirische Anhaltspunkte. Alleinregierung Union ist noch nicht thematisiert worden, wobei man immer auch sagen muss und sich vergegenwärtigen muss, die Union ist schon relativ nah an ihrem Potenzial, was sie ausschöpfen kann. Während die Parteien SPD insbesondere noch weit hinter ihrem kompletten Wählerpotenzial der Mobilisierung zurückliegen. Das heißt, nach oben hin ist nicht mehr so viel Luft für die Union und das bräuchte sie schon noch, um das zu erreichen. Insofern glaube ich, dass auf dieser Ebene des Potenzials nicht mehr so viel Spiel ist für eine Alleinregierung. Vor welchen Problemen eigentlich die Wahlkampfstrategien stehen, wenn das richtig ist, dass Frau Merkel so agiert? Da würde ich auch gerne die Frage eigentlich an die Parteistrategen nachher weiter erreichen, was sie denn dagegen zu tun gedenken. Ich habe das nun erst mal als Problem für Sie, selber in die Offensive zu kommen, thematisiert und dann ist die Frage, welche Antworten Sie darauf haben. Das ist zugleich auch noch eine kurze Seitenbemerkung zu dieser, ist das eine verwerfliche Strategie? Ich habe das versucht, nüchtern darzustellen. Ich finde das überhaupt keine verwerfliche, sondern es ist eine unter Machtstrategischen Aspekten durchaus erfolgsversprechende Strategie. Und deswegen sehe ich auch überhaupt keine Notwendigkeit, hier irgendwelche Arten von Bremsen oder Verbotsschilder aufzustellen. Es ist nur für politische Gegner zum Teil frustrierend. Und der zweite Aspekt ist eben, wenn systematisch alle Unterschiede verwischt werden, dann glaube ich schon, dass die Neigung der Deutschen zu privatisieren gefördert wird. Und das halte ich für problematisch. Aber die Strategie als solche halte ich für überhaupt nicht verwerflich. Die Frage mit der Entpolitisierung, auch nochmal das Engagement vor Ort, da würde ich niemals widersprechen. Das habe ich hoffentlich auch deutlich gemacht. Es ist mehr der Abschied von der großen Politik, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf. Und das Engagement vor Ort für überschaubare und die unmittelbare lebensweltliche Umgebung betreffenden Situationen. Aber es ist das Gefühl, in diesen großen politischen Fragen ist alles in guten Händen. Und damit möchte ich mich auch gar nicht weiter beschäftigen. Die Bundesratsalternative ist ein wichtiger Gesichtspunkt, der allerdings erst für das Regieren dann voll wirkungsmächtig wird. Und das könnte einer der Aspekte sein, die Frau Merkel zu der Überzeugung kommen lässt, dass eine große Koalition vielleicht für das Regieren später doch hilfreicher ist als ein schwarz-gelbes Bündnis. Frage-Antwort-Spiel ist aus meiner Sicht vorbildlich. Das setzen wir jetzt fort. Der Herr mit dem rosa Hemd ans Mikrofon. Und wenn Sie auch schon zum Mikrofon gehen, in Kürze und Präzision ebenfalls die Antworten. Danke. Mein Name ist Markus Fuß. Nichtwählerpotenzial ist von dem Vorredner schon eingegangen worden. Ich möchte dieses schöne Thema verbinden mit dem Stichwort Glaubwürdigkeit der SPD und nicht ausgeschöpftes Potenzial. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen. Bitte schön. Meine Frage an den Begriff bürgerliche Mehrheit. Ist ja mehr oder weniger jetzt nur noch eine politische und mediale Schablone oder ist er doch letztlich schon am Auszerfasern? Hinweis darauf, wenn also die Grünen mehr oder weniger im Durchschnitt die Partei der Reichsten inzwischen in Deutschland sind. Wenn wir uns also das politische Engagement und die Parteilichkeit in Baden-Württemberg zu bestimmten Themen angucken, ist es doch eine Frage, ob der Begriff bürgerliche Mehrheit insgesamt auf die Dauer noch trägt. Gut. Sehe ich sonst noch eine Frage? Sonst kommt gleich wieder Ralf Tils. Ja, da vorne die Hand geht hoch. Bitte der Kollege zuerst, Herr Roth, ganz knapp und dann die Dame nochmal in rosa. Ihre Frage wurde nicht beantwortet, stimmt. Sind Sie zufrieden? Nochmal noch etwas Neues. Okay, bitte erst Herr Roth. Hochziehen das Mikrofon, zu sich hin, dann kriegt es ein bisschen besser. Herr Thils, Sie haben zwar gesagt, dass Langfristigkeit kein besonders wichtiges Element der Strategien ist, aber die Parteien würden sich doch eigentlich, wenn sie dieses ganz außer Betracht lassen würden, doch ziemlich viel auch ihre Stammbählerschaft verscherzen. Und die Strategien oder beziehungsweise die Aussichten, die Sie hier geschildert haben, sind natürlich völlig anders, wenn man diesen langfristigen Aspekt mit herein nimmt. Denn, ja, nehmen Sie ganz einfach mal die Aufteilung des rechten Parteienlagers, dass die Union muss eigentlich daran interessiert sein, kurzfristig diese FDP-Potenzial noch zu binden, aber langfristig eben nicht mehr. Okay. Dankeschön. Die Dame nochmal, bitte. Das ist nochmal eine andere Frage in Bezug auf Kernwählerschichten oder Stammwählerinnen. Wie schätzen Sie das ein, den Unterschied quasi eines Landtagswahlkampfs, den ja auch die SPD in vielen Ländern auch gewonnen hat, zu einem Bundestagswahlkampf? Sind die Leute zum größten Teil eben strategische Wähler, ob es eine Landtagswahl oder eine Bundestagswahl ist, oder gibt es noch sowas wie Kernwählerschichten? Herr Kollege rechts neben dran und die Dame. Ja, Sie auch, genau, machen Sie zuerst. Und dann der Herr mit dem beigen Hemd, das war Ralle, ne? Okay, links, legen Sie los, Sie zuerst. Geht auch ganz schnell. Noch anschließend an die Frage nach der Glaubwürdigkeit der SPD. Wieso schlägt Ihrer Einschätzung nach das Glaubwürdigkeitsproblem bei der SPD so viel mehr durch als bei der CDU? Man könnte ja sagen, Steinbrück hat ein Problem mit seiner ökonomischen Kompetenz durchzudringen aufgrund des Linksrucks im Programm. Aber das müsste doch für Merkel in gleichem Maße gelten, wenn sie jetzt auf einmal für Mindestlohn sich ausspricht oder für Mietpreisbindung. Das ist doch bekannt, dass es ein Meinungswechsel ist. Wie erklären Sie sich das? Danke. Bitte. Ja, ich hätte noch eine Frage zum Kandidaten Steinbrück nochmal. Glauben Sie eigentlich, dass die SPD überhaupt die Chance hätte, mit einem anderen Kandidaten oder mit dem Kandidaten auf dem Feld der Ökonomie in die Offensive zu kommen? Oder war das nicht auch von vornherein so gedacht, dass es eigentlich ein Defensivkandidat sei, also dass da nichts anbrennt und er auch das nicht hinkriegt? Okay, wir haben eine wunderbare Palette. Du kannst in dem gleichen Tempo die Fragen beantworten. Einige der Fragen ranken sich um den Aspekt von Glaubwürdigkeit auf Seiten von SPD und im Verhältnis von Steinbrück zu Frau Merkel. Ich glaube, dass diese Glaubwürdigkeitsfrage einerseits durch eigenes Handel von Herrn Steinbrück zu Beginn seiner Kandidatur, aber auch durch die insgesamt die Wahrnehmung und Rezeption der Positionierung von ihm, der Partei, insgesamt so problematisch ist, dass es da jetzt auf der Ebene eines Glaubwürdigkeitsproblems inzwischen angekommen ist. Und dass es bei Frau Merkel nicht so ist, ist aus meiner Sicht nur damit zu erklären, also es ist für mich auch nicht vollständig zu erklären, aber ich kann es mir eigentlich nur selbst so zusammenreimen, dass das vor dem Hintergrund des Euros möglich ist. Gibt es andere Probleme? Und deswegen habe ich auch davon gesprochen, wenn die Innenpolitik zum Tragen kommt und das Hintergrundthema Euro, nicht die Unsicherheit der Deutschen, so zentral bleibt, auch für die Wahlentscheidung, dann kann Frau Merkel fast alles tun. Irgendwann schlägt es um, weil man hat ja manchmal schon den Eindruck, inzwischen hält Frau Merkel die Deutschen für blöd, so in einer bestimmten Weise, weil sie ihnen alles zumutet sozusagen. Aber ich glaube, dass die Dinge, von denen die Menschen wissen, dass sie bei Frau Merkel in sicheren Händen sind, sind im Moment die Durchschlagenden. Insofern hat das Glaubwürdigkeitsproblem sie noch nicht erreicht. Wenn das wegfällt, das habe ich auch mit der Kommunikationsfähigkeit angesprochen, kann das aber durchaus noch ein Problem werden. Bürgerliche Mehrheit und bürgerliches Lager, das ist aus meiner Sicht eben etwas anderes. Es gibt eine Orientierung nach wie vor von vielen Wählern in solchen Lagerstrukturen. Meine Position war nur zu sagen, das funktioniert politisch im Moment nicht mehr wirklich, weil die politischen Parteien auf der Ebene der Lager eben keine funktionierenden Lager ausbilden. Aber auf der Ebene der Orientierung der Wähler spielt das nach wie vor nicht bei allen, aber bei vielen eine große Rolle. Die Frage von Langfristigkeit und kurzfristig oder Mittelfristigkeit von Strategien, Herr Roth, natürlich, je nachdem, welche Perspektive man anlegt, man wird nachher auch eine andere Perspektive für die Union anlegen. In der Nach-Merkel-Zeit, die man sich noch gar nicht vorstellen kann, aber die irgendwann Fall sein wird, wird es für die Union ein Riesenproblem geben haben. Das sind dann Kosten der Merkel-Jahre, so wie es Kosten der Schröder-Jahre für die SPD gegeben hat. Und insofern wäre dann natürlich eine langfristige Strategie eine, die das Wiederaufbauen von Stärke und Kompetenz bei der Union in eine längerfristige Perspektive rückt, dadurch so wie Frau Merkel mit Wahrheiten, die die Union bis vor kurzem noch verfolgt hat, umgegangen ist. Dann gab es noch die Frage von Land und Bund und was denn eigentlich das Wahlentscheidende ist, warum sich Länderergebnisse nicht einfach auf den Bund übertragen lassen. Es sind eben andere Probleme, die auf Bundesebene die zentrale Rolle spielen. Und da gibt es andere Mehrheiten in diesem Land. Die Euro-Frage wurde auf Landesebene nicht verhandelt. Und insofern gibt es eben andere Probleme, andere Zuständigkeiten und damit aber auch andere Mehrheiten für die Probleme auf Bundesebene. Dass Kernwähler abnehmend sind, ist, glaube ich, empirisch unbestritten. Das heißt aber nicht, dass es natürlich noch Bindung und Identifikation von Wählern mit bestimmten politischen Parteien gibt. Eine kurze Rückfrage, derzeit im Grunde schon fast ja systematisch, auch bei Boulevard und anderen Medien, ja, zu einer Person dargestellt worden ist, dem man eigentlich so ein hohes Amt nicht bieten kann. Dass er so quasi, ohne dass man sich die Hände schmutzig gemacht hat, er doch erheblichen Schaden am Lack bekommen hat. Plus seine angeblich so robuste Rhetorik und was weiß ich, Kleinigkeiten. Das ist ja ein Vorbau gewesen, den wir in anderen Bundestagswahlen in dieser Systematik, Entschlossenheit und strategischen Klasse nicht hatten. Nehmen Sie das gar nicht wahr? Sicherlich nehme ich das wahr. Es ging ja schon damit los, wie diese Nominierung stattgefunden hat. Das war eben nicht mehr wirklich gesteuert, sondern es ist dann passiert, was natürlich für einen Aufbau eines Kandidaten äußerst problematisch ist, wenn es dann in dieser Weise passiert. Dann hat es eine ganze Zeit gedauert, bis Herr Steinbrück die veränderte Rolle als Kanzlerkandidat voll angenommen hat. Mit ein paar Aussagen, die dann auch wesentlich anders wahrgenommen wurden, als hätte er sie vorher getätigt. Das hat ihn insgesamt erstens in die Defensive gebracht und zweitens auch erheblich, wir könnten das sehen jetzt auch nach, besonders stark hat er seine Popularität dann nach Weihnachten abgenommen oder im Dezember zum Januar hin. Und es gab eine gewisse Art von, nicht nur Beißhemmung, sondern insgesamt Hemmung von Herrn Steinbrück zu beobachten. Er befreit sich jetzt da, zumindest aus meiner Beobachtung, ein bisschen mehr wieder davon, auch weil es auf der anderen Seite Neuarten und Anzeichen von Nervosität gibt. Aber insgesamt hat das dazu geführt, dass er nicht die Rolle spielen konnte, die er eigentlich von seinem Selbstbild und auch von seiner Stoßrichtung hätte haben sollen. Das ist natürlich sehr moderat ausgedrückt. Wie sehen Sie es, wenn man jetzt schaut, der Pressesprecher tritt zurück, dann gibt es wieder den Hinweis auf das Interview zum Kanzlergehalt. Also seine Äußerung war ja so blass. Blasser konnte man ja sie gar nicht mehr formulieren. Und dann wird das quasi zu einem mittelfristigen Skandal hochgejatzt. Was hat sich da verschoben in der Wahrnehmung, dass solche Kleinigkeiten plötzlich diese Dramatik bekommen? Es ist jetzt die Frage, ob bestimmte Erinnerungen immer wieder aktualisiert werden. Und das funktioniert im Spiel der Medien wunderbar. Also wenn dieses Fettnäpfchen, dieser Duktus erstmal eingeführt ist, dann muss man nur kurz das Wort Fettnäpfchen sagen und alle Bürger wissen schon wieder, was jetzt gemeint ist. Und diese Art von Schleife wirklich zu durchbrechen, ist enorm schwierig für einen Kandidaten. Die Frage war ja ein paar Mal, würden Sie sagen, das kann man auch reprizieren unter Ihrem theoretischen Korsett der Strategie. Ist das auch eine Strategie, die aufgegangen ist, ihn so darzustellen? Da ist ja immer die Frage, wer ist jetzt hier der Träger? Ich glaube, es sind verschiedene Aspekte, die da zusammengeführt wurden. Es war ein interessantes Spiel auch für die Medien, diese Art des besonders würdigen und in einer bestimmten Weise eben darstellen. Und das hat dann einen Selbstlauf entwickelt. Das Problem, was über den Kandidaten aus meiner Sicht damit einhergeht, und das ist ein Zentralproblem, was die SPD, wenn sie überhaupt eine Chance haben will, noch lösen muss, die Menschen können sich, obwohl die Zustimmung, das war auch interessant, letzte Woche in der Demoskopie, es gibt eine Zunahme des Wunsches, dass die nächste Bundesregierung von der SPD geführt werden soll. Eine Abnahme des Wunsches, dass es die Union sein soll, und eine Zunahme, eine Signifikate, plus sieben Prozent, die sagt, die SPD soll die nächste Regierung führen. Bisher war mein Eindruck eigentlich der, die Menschen denken in Kategorien der großen Koalition. Es gibt Frau Merkel und es gibt ein soziales Korrektiv. Aber solange die Wähler sich nicht vorstellen können, und das ist eben durch die bisherigen demoskopischen Werte, außerhalb der Vorstellungskraft der Bürger, zu sagen, wir kriegen wirklich zum Beispiel Rot-Grün im Herbst. Solange aber diese Vorstellung überhaupt nicht irgendwie bei den Bürgern ankommt, wird es auch keine Chance geben, weil erst wenn man sich das vorstellen kann und auch kein ungutes Gefühl dabei entwickelt, kann es eine Chance geben. Ich dachte immer, die Leute wollten eine CDU-Kanzlerin, die sozialdemokratische Politik macht. Das dachte ich auch, aber ich habe trotzdem gesehen, dass letzte Woche der Wunsch nach Wechsel in der Regierung zugenommen hat. Eine letzte Frage, auch kurz, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, dann können wir noch einen Augenblick verschnaufen. Sie machen sich so einen schlanken Fuß, in dem sie sagen, Euro-Thema ist unantastbar. Aber sie begründen es gar nicht. Warum kann man die Europa-Frage, die ja ökonomisch mit 700 Milliarden und mit vielen, vielen heiklen Fragen verbunden ist, eigentlich nicht politisieren? Das wird immer so gesagt, von Sozialforschern hingeredet. Aber wieso? Es geht um viel Geld. Deutschland ist in Europa weitgehend isoliert. Es gibt eine starke Achsentrennung zwischen Frankreich und Deutschland, die historisch wichtig war. Es gibt allerhand Strukturprobleme. Selbst ein Kommissar redet von Sanierungsfall. Ich verstehe nicht, wenn das so aufgehäuft wird, ein Problempotenzial, wie sie so leichtfertig sagen kann, da ist nichts draus rauszuholen. Ich bin der Auffassung, und für mich selbst ist es auch so, keiner von uns weiß, welches die Lösung für die Euro-Frage ist. Und ich habe versucht, deutlich zu machen mit den drei Punkten, so wie mein Eindruck, und auch in der Demoskopie kann man das zumindest angedeutet so lesen. Es gibt diese Grundhaltung, die drei Punkte, die ich angesprochen habe, ich glaube, die muss ich jetzt nicht wiederholen, die dazu führt, dass die Leute extrem ängstlich sind, wenn eine große politische Alternative in der Frage des Euro plötzlich vom Zaun gebrochen wird. Es kann in der Nachschau so sein, dass man am Ende sagt, so wie Frau Merkel mit dem Problem umgegangen ist, war es falsch. Aber im Moment haben die Bürger das Gefühl, sie macht das richtig, sie hält das Geld zusammen auf dem Weg und macht nur kleine Schritte. Und die große politische Alternative, davor haben die Menschen Angst. Und sie haben insbesondere ein Misstrauen, dass die Sozialdemokratie möglicherweise zu leichtfältig Geld verschenkt in Europa. War denn vielleicht die Politik der Sozialdemokratie immer zu sagen, ja und dann ein großes Aber, strategisch falsch in der Europapolitik? Ich glaube, es gab für die SPD keine wirkliche Alternative dazu, weil die Frage wäre nur gewesen, ob man die grundsätzlich andere Alternative hochzieht. Das wäre aus meiner Sicht gefährlich gewesen. Und insofern war das die Variante, man muss kritisieren, es gibt auch vieles zu kritisieren, aber man dringt damit nicht durch. Deswegen kam aus meiner Sicht, gab es keine wirkliche Alternative zu dem Ja. Wenn ich Sie richtig verstanden habe in der Bilanz, brauchen wir keine Strategieforscher zur Erforschung dieser Fragen und Einschätzung, sondern eher Sozialpsychologen. Sozialpsychologen, die die Gemengelage, die Seelen, die Seelenlage der Bevölkerung ausmessen. Und es sind ja, wie Sie sagen, in Europa-Fragen sind keine politisch-strategischen oder inhaltlichen Fragen mehr, sondern Gefühlslagen der Bevölkerung. Ja, das ist natürlich immer in den Fragen, die für den Einzelnen nicht nachvollziehbar sind und die so komplex sind, dass keiner eine einfache Antwort darauf hat. Dann geht es natürlich um bestimmte Wahrnehmung und Gefühle. Und keiner von uns, ohne dass ich jetzt hier nur vom Psychologie rede, natürlich spielen solche Gefühlsmomente und Erwartungseinschätzung der Wähler in der Wahlkabine eine erhebliche Rolle. Ist ja keine Frage. Wem traut man Zukunftskompetenz zu und wem kann man auch Probleme und Schwierigkeiten anvertrauen, bei denen man sie in guten Händen weiß? Und da hat die Frau Merkel eben zurzeit ein Prä. Vielen Dank. Sie haben uns schwierige Antworten gegeben auf einfache Fragen. Und dann wollen wir jetzt wenigstens damit bedanken, wir noch zehn Minuten Pause haben, ehe es dann im großen Praxisblock weitergeht. Danke. Und...